Hallo, mein Name ist Carsten Und dies wird heute eine VA für Isabel und Stefan Ihr habt anlässlich eurer 500 Abonnenten zu einem Abonnentenspecial aufgerufen Und möchte euch natürlich herzlich dazu gratulieren Ich habe mittlerweile einige von euren Filmen gesehen Immer noch nicht alle Das hole ich dann nochmal nach Und ich muss sagen Ihr habt wirklich tolle Infos Tolle Produkte, die ihr testet Und immer alles Ich sag mal ein bisschen mit dem Augenzwinkern Und nicht so ernst Gefällt mir sehr gut Ihr hattet gesagt Wir sollen uns dabei filmen Was wir am liebsten machen Oder gerne wollen Also ich bin Am liebsten Als Wanderer In der Natur unterwegs Und schaue mir Unterschiedliche Gegenden an Und dabei Darum Filme ich mich jetzt hier halt Beim Wandern Ich hoffe ihr macht mit eurem Kanal so weiter Und wünsche euch alles Gute für die Zukunft Bis dahin sag ich Tschüss Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.